Ohnehin wären wir alle nicht da heute. Wurscht noch Mädchen, die tot waren. Ja, 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 mein Herr. Ja, 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 mein Herr. Ja, 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 mein Herr, am Herr. Wir grüßen uns für die Lieblingsaninale. Trommelt bei dir an. Ja, 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 ja Wir freuen uns sehr, was für eine Ehre für unser Kardinal, hier in den Römmelsteinburg zu kommen. Dankeschön. Herzlich willkommen und einen Applaus für unseren lieben Kardinal und für unsere Mutter Elvira. Benvenuto! Das hört man ja nicht, das Wien. Du musst noch das Wien hören, den Applaus. In ganz Österreich muss man das hören. Grüß Gott, grüß Gott. Große Freude, dass wir wieder im Steinbruch sein dürfen. Grande Gioia, que possiamo di nuovo essere im Steinbruch a Sant Margarete. Gioia di ritrovarvi, fratelli, sorelle. E danke, dass ihr wiedergekommen seid. Viele warten auf euch und haben große Freude über euer Zeugnis. Das ist eine Stärkung für uns und hoffentlich auch für euch. E anke, la madre, e per noi una gioia. Die Mutter Elvira ist für uns eine große Freude. Applaus Ihr kennt alle das Lied, das die Gennacolos singen. Quando vedo i te oiochi. Wenn ich deine Augen sehe, dann bin ich immer voller Freude, wenn ich die Augen von der Mutter Elvira sehe. Das ist wie eine Erfrischung im Glauben. Applaus Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.